Hallo und Willkommen fresh zurück. Äh, ja es hat ein bisschen gedauert, aber juckt ja auch nicht. Ich habe Trapped with a Jester gefunden. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe nur einmal kurz geschaut. Das Game geht auch auf Deutsch. Ähm, ich habe kurz die ersten paar Sätze gelesen, um zu gucken, ob die deutsche Übersetzung auch fein ist. Aber, ja, ist die, äh, alles in Ordnung, äh, kann man sich nicht beschweren. Äh, zumindest die paar Sätze, die ich halt gelesen habe. Ah, und ich würde sagen, wir, äh, gehen wir mal rein. Dein Kopf ist okay. Also mein Kopf. Die ist kalt. Your Highness, wakey, wakey. Hello. Diese Stimme, du erkennst sie nicht. Das Letzte, woran du dich erinnerst... Hey, hey, hey. Are you alive? Are you alive yet? Wie war noch gleich dein Name? Alles ist verschwommen. Tell me if you're still dead. Come on, don't keep me hanging. Oh, you're up. Rise and shine, sleepyhead. Rise and shineer sein. Äh, erinnert mich tatsächlich. Also ich... Er ist die Cure für mich. I hope I didn't disturb you. Would have been a shame if I messed up your sweet slumber. Ja. Ich... Will niemals einen Fremden direkt anschreien. Wo bin ich? You know, you're the one who called me. Ich verstehe. Also sitzen wir hier im selben Boot. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Huh? Am I speaking the wrong language? Hello? Konnichiwa. Kamusta? Aniongai saio. Hola? Hör auf, ich verstehe dich ja. Oh, how sweet of you. I'm blushing. Wieso? I got it. Er ignoriert dich völlig. Ein humaner Pett. How delightful. Never mind our contract then. Was? You're coming with me. Auch immer du hin willst. Du versuchst dich zu wehren, aber er ist viel zu stark. I'll take good care of you. That's it. Okay. Okay. Ich dachte, es geht ein bisschen weiter. Also ich dachte schon, dass es kurz ist, aber ich wusste nicht, dass es so kurz ist. Ja komm, wir hauen die direkt hinterher. Okay. Kann ich überspringen? Bist du auch in der Antwort? Ah, okay. Okay. Wir sind jetzt ganz lieb zu ihm. Und dann schauen wir mal, was da rumkommt. Guten Morgen. Oh, you're quite a chipper, ain't ya? Sometimes. Joss, so cute. I wanna squish your little cheeks. Okay. I like you already. Ich mag dich auch. Oh, gosh. You're so cute. Wir sind einfach super nett. Can I take you home? Oh, fand er nicht gut? My, how bold. Okay, fand er nicht gut. That's it. Unfortunate contract with you. Contract, good? Contract? I ain't interested in your heart, but I wanna ravish your soul. Excuse me? Jester. Okay. Demon of betrayal and nightmares at your service. Oh. This one shall grant you your deepest desire, Master. Ich? Demon? Während er spricht, fühlst du deinen schar- äh, fühlst du einen scharfen Stich in deinem Kopf. Erinnerung an deinen Untergang. Beraten von deinen engsten Vertrauten. Von deiner Familie. Ah, such a beautiful, tainted soul. Now then, my dearest Master. Mr? Well then, my dear Master. Please close your eyes. Dann fielst die Wärme seiner Hand über deinen Augen. Die Hitze hält an, auch nachdem seine Handfläche deiner Haut verlassen hat. Don't open them now. So schnell wie er die Worte gesprochen hatte, verschwindet seine Präsenz. Huh? Who were- Du hörst die Stimmen- äh, du hörst Stimmen von draußen. Monster! No, no, no! Spare me! Funny, coming from someone keeping a cadaver in the back. We- we- we were just tasked to dispose of it. Do I look like I care? RUH! Spare me! Open your eyes, dearie! Okay. Do you like it? Sometimes. Come now, my lovely Master. Let us raise the world together. Okay, fine. May this be your marriage vow. Das geht jetzt aber schnell. Until death. Do us part. Ein Flaschen für mich. Yeah. Oh Gott. Was passiert hier? Ähm. Ja. Okay. Scheiße. Okay. 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 Äh, ich belasse es bei den zwei Enden. Weil ich finde, das ist ein gutes Ende. Wir sehen uns einfach zum nächsten Video. Ciao. Hahaha.